Hallo, hier ist Tibor aus dem Podium in Berlin. Ich bin heute mit meinem Team auf dem Markt der Nötigkeiten, Agentur für Arbeit in Berlin. Wir schauen hier nach neuen Mitarbeitern, nach neuen interessanten Personen, die unser Podium mit ihren Mitarbeitern bereichern und wir freuen uns auf einen tollen Tag hier. Bis zum nächsten Mal.